Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir erfüllen... Nein, 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 wieso denn nach Hause gehen? Du sollst dich umstylen lassen. Hier, umstylen lassen. Von... Oh, so viele Mitarbeiter hier. Wer ist denn der Beste? Lisa. Nehmen wir mal von Lisa. Wo ist die denn auch hier? Ach, ach du je, was hat die denn an? So, hör auf, dich da so hinzustellen, als wenn du zu denen gehörst. So, und dann schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass es keine Verschlechterung sein wird. Der stinkt ein bisschen, ne? Joa, ein bisschen ist gut. So, dann... Lass mal zeigen. Hat er gedacht... Achso. Ja, ähm... Ist jetzt nicht so der Hit, aber... Ist schon okay. Okay. So, vielleicht sollte er erst mal nach Hause. Und dann erst mal was essen und duschen. Ach komm, egal. Wir gehen mal eben zum Korsen. Und dann werden wir da mal Partner. So, wo haben wir den? Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier sind wir... Ne, jetzt muss ich mich, glaube ich, drehen, damit ich erst mal weiß, wo der ist. Äh... Äh... Wunsch? Ist der weg? Eben war hier noch ein Wunsch. Ach, das ist ja doof. Ist ja egal. So können wir trotzdem was verdienen. Und wenn wir schon Geld haben, dann können wir es auch direkt investieren. Guck mal, was ist denn das hier? Nicole Pauls. Das ist ja auch eine wahre Schönheit. Traumhaft schön. Und was die Schönes anhat hier im Winter, ne? Kann man drin Verstecken spielen. Guck mal, der Schneemann ist auch total begeistert von ihr. So. Ach, das war die andere. So, gucken wir mal, was die sagen hier zu unserem stinkenden Gustav. Abendessen essen. Na gut. Ja, bietet sich auch an, ne? Wenn er schon mal da ist. So, und zack, sind die zwölf Riesen weg. So, Gustav ist nun Partner bei Bistro zum kleinen Korsen. Er hat jetzt ein Anrecht auf die Profite, die er sich wöchentlich hier abholen kann. Und wenn er die Anteile der anderen Partner aufkaufen würde, hätte er natürlich noch mehr Macht und Geld. Macht und Geld! So, wie können wir das denn machen? Quasi jenes selbe nochmal. Ähm, oder ich geh mal auf die Karte, aber da dürfte wahrscheinlich dann... Vielleicht haben wir auch einfach nicht genug Geld. Aber vielleicht liegt das auch in der Pflicht. Ah, das kann auch sein. Gut. Dann haben wir erstmal schön 12.500 ausgegeben. Aber das holen wir natürlich nach und nach wieder rein. Die sind ja nicht weg. Ganz im Gegenteil. So, hier wohnen wir. Dann gucken wir mal. Was ist denn hier so? Oh, die Werte sind ja alle im Keller, ne? Was ist denn mit Mandy los? Ach, die ist am Schlafen. Ja, ist doch alles gut. So, Gustav. Paddy. Ja, machen wir später. Also, ich kümmere mich hier erstmal um... ...den Kevin. Ach du je, Pizza bestellen. Du kannst doch selber kochen, Junge. Oh, guck mal, der Kevin ist ein bisschen müde. Also, heute wird es nichts mehr mit dem kennenlernen. Das Bürsten, das lassen wir dann auch mal. Ein... Was? Junge, du machst mich fertig. Du machst mich echt fertig. Ein Kind bekommen. Dafür brauchst du eine Frau. Die hast du vor... ...zehn Minuten abgeschossen. Okay, die war sowieso nicht mehr zeugungsfähig. Aber dann hätte... Ach. Ey, was ist das denn hier? Ist der hier wirklich am Pennen gewesen gerade? Dann leg dich doch ins Bett. Oh, ihr seid doch heute Panne. Was ist denn los mit euch? So, dann leg dich schlafen hier. Ach so. Weil das Ding an ist. Ja, der Paddy macht die... ...die Anlage immer an, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. So, Michael ist Pennen. Das ist gut. Kevin. Der muss sich eigentlich dann auch... Lass dir hier nichts anhören von dem. Der ist verzogen. So, leg dich schlafen. Denn wir brauchen ein bisschen Energie. Na super. Und jetzt ist gerade Mandy aufgewacht. Ja, ist schon richtig. Äh, Kevin. Vielleicht solltest du... Oh, schick den raus hier, wenn der dich die ganze Zeit nervt. So, gemein. Na, ist egal. So, nein, jetzt nicht. Erstmal musst du dein Kind füttern. Dann... So, Flasche geben. Und dann knuddelst du das noch einmal. So, Flasche geben. Dann, äh, kuscheln. Und dann darfst du schlafen. So, was ist mit ihm hier? Gustav. Oh, der ist auch schon ziemlich kaputt. Gute Nachtgeschichte lesen. Wer liest hier jetzt wem die Gute Nachtgeschichte, wenn die jetzt da ins Bett gehen? Was, was wird das denn? So, von wegen hier. Erstmal Pipi. Dann duschen. Und dann ins Bett. So, kleiner Mann. Und du gehst jetzt auch ins Bett, aber bitte hier. Zu deiner lieben Mutti. So. Oh Gott, 1.41 Uhr. Da habe ich ja die Zeit total verpennt. Ist das schon so spät? Puh. Hätte ich nicht gedacht. So, ist noch irgendjemand wach? Nö. In Kinderbett. So, das wird nun jetzt eine Frage der Zeit, bis die Mandy wieder wach wird. Und dieses Vieh hier. Gaga. Gaga heißt die. So, können wir die nicht irgendwie hier so, zack. Ist verwendet. Okay. Dann bleibt es halt da. Ja, dann sind sie dann erstmal alle am Pennen. So, dann gucken wir mal. Wegen morgen müssen wir uns ja vorbereiten. Karriere. Da geht bei ihm hier zum Glück nichts. Der hat frei. Der kann dann hier mal so ein paar Sachen reparieren, damit er endlich hier mal Geschicklichkeit, Fähigkeit verbessern. Zehn Objekte. Da brauchen wir nämlich nur noch zwei. und Fähigkeit perfektionieren, damit wir hier mal wieder ein bisschen Platz haben. So. Dann können wir eben noch mal ganz kurz was schauen. Also, er wollte ja noch Fähigkeit dazu lernen. Da bin ich mal am überlegen. Und das hier, das stört mich so dermaßen, dass wir das hier nicht wegkriegen. Du, magst du hier mal nachgoogeln? Ich vergesse das immer. Und warum das nicht weggeht. Ich war hier schon, ich habe schon trainiert mit der Stereoanlage, dem Fernseher. Ich war joggen. Wobei... In der Reihenfolge? Nee. Ich glaube, joggen war ich noch gar nicht. Nur auf diesem Ding hier. Ach, sonst... Du musst richtig joggen. Ah, okay. Dann jogge ich nochmal. Weil hier steht nämlich oder trainiere mit Hilfe der Stereoanlage oder dem Fernseher... Ach so, joggen. Ah. Dann joggen wir einfach nochmal morgen. Okay. Ja gut, dann geht es dann hoffentlich weg. So. Dann würde ich sagen, spulen wir hier mal so ein kleines bisschen. So. Der einzige, um den wir uns kümmern brauchen, ist der Gustav. Wo ist denn die Katze? Ach, der ist da. Okay. Ich hatte schon gedacht, dass der vielleicht wieder vor der Tür ist. Aber dem geht es gut. Oh, nee. Und das Kind ist am plärren. Da kann sich jetzt aber mal der... Gustav, der ist eh wach. Der kann sich da mal eben ganz kurz drum kümmern. Flasche geben. Ach, daran liegt es gar nicht. Wie können wir das denn? Meditieren. Nee, das ist jetzt der falsche. Schmutzige Windel wechseln, ne? So, kann er dann auch gleich nochmal machen. Er hat zwar nicht so viel Zeit und auch die Energie könnte auch ein bisschen besser sein, aber hilft ja nix, ne? So, dann kann er selber nochmal sich eine Schüssel hiervon nehmen. Das ist auch noch sehr gut. Und dann kaufen wir nochmal eine Kaffeemaschine oder sowas. äh, können wir gut gebrauchen. Gerade jetzt, wenn wir da Kinder haben, dass wenn man dann mitten in der Nacht aufstehen muss, da fehlt dann morgens meistens dann so ein bisschen Energie. Das kann man sich dann vielleicht mit der Kaffeemaschine dann holen. Aber wobei, ach. Ja, okay, doch. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Geräte. Kleine Geräte. Zerhaklor. Zerhaklon. Wassereismaschine. Lebensmittelverarbeitung. Nanowelle. Wo ist denn hier eine Kaffeemaschine? Na super. Können wir uns nicht leisten. Da fehlen uns 20 Simuleons für. Ist das jetzt der Ernst? So, irgendwas muss weg. Irgendwas muss weg. Irgendwas. Ach. Fangen wir doch hier an zu suchen, oder? So. Oh. Das hier wird doch eh nicht mehr benutzt. Ich glaube eh, dass es nicht einmal benutzt wurde. So, Heißgetränkeautomat. Zack. Sinnvolle Investition. Hoffentlich. So, dann kann er sich einfach mal Flammenfrucht-Mocca mit Karamell-Schlagsahne trinken. Okay. So, wegen der schweren Schneefälle. Und schon wieder. Also die ist echt ein Lotta-Leben, ne? Die Schule. So, die Midlife-Crisis von Michael ist vorbei. Schön. Und Kevin ist Geschäfts... Was? Kevin? Nein. Kevin? Hatte ich den ausgewählt? Als ich das gemacht habe? Also, im Prinzip ist es ja auch egal. Gut. Kein Problem. So, dann... Hol dir nochmal ganz kurz einen Kaffee. Und dann kannst du nämlich los. Du kannst ihn mit Sicherheit auch im Stehen trinken. Okay, ich nehme es zurück. Boah, dieses Kind kommt immer rüber und reißt die... Macht das Ding hier an. Schrecklich. So, na, was? Och, shit. Jetzt haben wir das... Oh, nee. Scheiße. Das haben wir jetzt vergessen. Können wir da nicht noch nachfahren? Geht nicht zur Arbeit. Oh. Jetzt möchte ich mal ganz kurz was gucken. Können wir da nicht vielleicht... Der muss ja hier irgendwo... Wo war das? Hier, glaube ich. Haben wir nicht irgendwie sowas wie Gleitzeit oder so? Arbeiten. So, dann. Kollegen. So, dann schicken wir den halt so hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zählt. Aber wir gucken einfach mal. Eine Dreiviertelstunde sind wir zu spät. Aber so schlimm, so schlimm sollte es nicht sein. So, dann können wir eben noch mal ganz kurz schauen. Bei unserem Restaurant. Okay, da steht jetzt immer noch nichts von mehr dazu. Kaufen, aber passt schon. Ist schon okay. So, kümmern wir uns dann natürlich dann auch noch später drum. So, dann. Was haben wir hier? Wer ist das? Liang Yat-Zen. Hm. 250 Punkte. So, wir wollten uns ja hier so ein bisschen darum kümmern, dass der Michael mal so ein bisschen was repariert. Haben wir denn überhaupt noch was? Wir brauchen, glaube ich, irgendein technisches Gerät, was der nochmal reparieren kann, ne? Oder was der besser machen kann. Ansonsten vielleicht hier drüben, weil hier versifft ja wahrscheinlich eh immer alles. Boah, guckt euch das doch mal an. Die Dusche ist hinüber. Waschbecken versifft die Toilette auch. Unfassbar. Upgrade Unzerstörbar machen wir mal. So, reparieren. Dann müssen wir uns da so ein bisschen drum kümmern. Die Alte hier tut ja nix. Ja, und dann sollen wir dir noch die Tür aufmachen, damit du unseren Herd auch noch versiffen kannst, oder was? Geh wieder nach Hause. Fassbar. So. Er macht das hier mal eben ganz kurz. So nett ist er. Nein, eigentlich machen wir das nur, damit wir hier die Objekte verbessern können. Das machen wir ja nicht wegen der Chantal oder so. So. Und dann Upgrade Unzerstörbar. Das reinigen, das sollen die, sollen die auch selber, müssen die auch selber hinkriegen. Der ist immer am Updancen. Der kommt um sieben Uhr morgens rüber und reißt diese verdammte Anlage an. So, was ist jetzt schief gegangen? Irgendwo ist was schief gegangen. Ich hab's genau gehört. Ich möchte mal die Hygienewerte von ihr hier sehen. Wahrscheinlich schon seit Wochen. Ja, ja, eben, deswegen. Die ist so durch. So, 710. Ja, das war natürlich jetzt nicht so der Hit. Aber er ist ja auch zu spät zur Arbeit gekommen. Aber immerhin hat er hier Arbeitsmoral gezeigt und ist überhaupt noch los. So, Gustav. Wart mal. Post nehmen. Ins Ausland reisen? 2000. 2000. Erstmal wollen wir Fähigkeiten lernen, ne? Und ich weiß nicht, vier Tage, ja. Ja, wieso, wieso auch nicht? So, Fertigkeiten lernen. Jetzt guck ich grad mal. Äh, wo kann man das denn machen? Ne, kochen können wir ja schon gut genug. Krippespritze. Schönheitsoperation. Malerei. Toll, was hab ich jetzt gedrückt? Schneemann bauen. Nein, eigentlich nicht. Hm. Ach, guck mal hier. Das können wir auch theoretisch kaufen. Von Fluss auf den Grill. Cindy Meyer hat gehört, dass du ein wahrer Grillmeister... Wieso Cindy? Gruppenmahlzeit, gegrillten Lachs und stelle sie für Cindy Meyer in dein Inventar, um etwas Geld zu verdienen. Jo, die ist ja eh schon weg. Warum nicht? Stadttheater. Ach komm, der macht da halt Malunterricht. Wo war das? Äh. Irgendwo war das doch. Krippespritze. Bei Krippespritze, da lese ich dann immer Giftspritze am Anfang. So, Malereiunterricht. Gut. Ja, das mit dem Urlaub, das überlegen wir uns dann nochmal. Und Paddy macht Backwaren. Ist ja auch interessant. So, wie sieht's aus, Michael? Bist du mal irgendwann soweit? Boah, das dauert halt eine ganze Zeit lang, ne? Bis man hier so Sachen verbessert hat. Boah, der ist beschäftigt. Tja, Kevin. Was machen wir mit dir? Das hier ist schon schlecht. Toll, jetzt haben wir auch niemanden mehr, der die Bude hier immer aufräumt, ne? Das ist natürlich jetzt... Haben wir jetzt auch nicht mit gedacht. So, Bürsten. Justus, Maya einmal bürsten. Mh, streichen. Okay, das ist unter Pflege. Bürsten. Und dann kann er nämlich nochmal so ein bisschen was kochen, weil das kann er Mittagessen servieren. Gegrillter Lachs war das, ne? Was die haben wollte. Gegrillter Käse, gegrillte Krabben. Aha, wieso haben wir das nicht? Ist das ein Rezept, was wir uns kaufen müssen? Gegrillter Lachs? Ist das nicht im Standard Rezept Dingens drin? Okay, dann müssen wir uns das holen. Äh, dann würde ich sagen, das kann Gustav dann mal machen, der will ja hier einkaufen. Buchhandlung oder Supermarkt? Okay, dann soll er das Rezept holen, dann schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. So, wenn er mit seinem Kurs fertig ist. So, wo haben wir die Bibliothek? Die war, glaube ich, hier oben. Da. So, das haben wir geschafft. Dann geht's direkt mal draußen weiter. Und 10.000 Simuleons will er verdienen. Ach, guck mal, von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Meeting abholen, abhalten. So, dann schauen wir hier mal. Äh, einen runter noch. So, wie ging das hier jetzt noch? Durchsuchen. Jetzt, nein. Der hat das Kind mitgenommen. Auch in den Kurs. Das ist ja ganz toll. So, kann die folgenden Bücher lesen. Ach, wir wollen die ja eigentlich... Starcats. Starcats, ja. Ähm, wir wollen die ja eigentlich kaufen, ne? Können wir die nicht kaufen? Buchhandlung. Ja, nee, das ist die Bibliothek. Dann muss es ja auch die Buchhandlung geben. Wo haben wir denn die Buchhandlung? Nachbarschafts, Adoption, Rathaus, Supermarkt, Stadttheater, Buchhandlung, Bücherwurm. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Und was ist das, wenn wir mit diesem Meeting abhalten? Können wir eigentlich auch nochmal ausprobieren. So, nun beeil dich mal. So, Mandy kann nicht alleine hierbleiben. Möchtest du, dass ein Babysitter sie nach Hause bringt? Jo. Jo. So, den gehen wir rein in den Shoppen. So, und dann brauchen wir hier ein Rezept. Kinderentwicklung, ja, das... Rezepte. Wo ist denn das? Gegrillter Lachs. Gegrillte Krabben. Tofu. Ach, das gibt es hier nicht. Chili-Korn-Karne. Krabben. Dann schauen wir nochmal. Sein Kopf ist vielleicht noch nicht schlecht. Ja, das kann sein, ne? Ja gut, dann... Dann muss das wohl doch... Dann gibt es das wohl doch so. Macht aber nichts, wenn wir schon mal hier sind. Ja, dann kann er mal sein Meeting abhalten. Kann es zumindest mal versuchen. Claudia Stabel. Paddy. Ein bisschen krank. Ach, guck, der ist ein Kind. Der ist noch belastbar. So, wo haben wir jetzt... Unsere Bude wieder hier vorne. Das wundert mich gar nicht, wenn... Dass die krank werden, wenn die hier immer im Pyjama rüber latschen. So, wer ist er hier? Wieder so ein doofer Paparazzi. Der soll auch mal das Feld freimachen. So, Upgrade und Zerstörer. Oh ja. Ne, Selbstreinig machen nicht. Und Zerstörer ist besser. Gut, das ist... Der ist soweit beschäftigt. Was macht eigentlich Kevin gerade? Streicheln. Und dann auf Toilette. Und dann kann er nämlich nochmal ein bisschen was futtern. Ja, oder am besten Abendessen servieren. Ach, das ist unter Abendessen. Hier ist der Lachs. Ich war eben schon bei Mittag. Da ist das aber nicht. So, dann kann er eben nochmal ganz kurz Abendessen machen. Gegrillten Lachs. Und dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Oh, und Mandy... Energie und Hygiene. Wo ist denn die Mandy? Was zum Hänker? Warum liegt die hier im... Ja, da ist Mandy drin. Zeuge einer Trennung zu werden. Ja, als wenn die das mitbekommen hätte. So, guck mal, der kümmert sich da auch nicht drum. So, wie wär's denn? Er ist beschäftigt. Er ist gleich fertig. Also, er kann sie dann gleich hochnehmen. Aber ich kann die nicht anwählen. Was soll das denn? Ich kann die nicht anwählen. Doch, jetzt. Jetzt geht's. Was? Meditiere, solange dass du deine Laune im meditativer Schwerpunkt erreicht hast. Und erleuchte den Detlef Landgraf, um eure Beziehung zu... Und etwas... Die Beziehung von Detlef Landgraf wäre besser. Nö. Da hab ich noch Pläne. So, jetzt nimm mal Mandy hoch. Und dann bring sie mal rein. Malen. Oh je. Hätten wir damit bloß nicht angefangen. Oh. Der ist auch gleich da. Der Gustav. Vitamin B. Freunde dich mit Cornelia Grusel an. Nö. Starpunkte. Nö, nö. Nö. Und hier packe ich dann nochmal eins und Dinge dann ins Inventar. Und danach kannst du dann nochmal den Lachs bei deiner Ex-Frau abliefern. Wünsche dir schöne Grüße von mir. So, und er hat hier auch endlich das geschafft, was er schaffen wollte. Aber er muss Stufe 10 haben. Also noch ist er nicht fertig. So, dann machen wir hier auch nochmal unzerstörbar. Ah, jetzt muss sie dann auch unbedingt auf Toilette. Äh, unbedingt in die Dusche. Genau, stell dich mal dazu. Die ist zwar gerade am Duschen, aber ist ja egal. Geh mal rein. So, im nächsten Raum gescheucht, ja. Und jetzt geht sie gleich selber wieder raus, ne. Super. Also, den lassen wir hier ruhig nochmal so ein bisschen, bis er ganz müde ist. Jetzt duscht die weiter. Ah je. So, aber ich sehe gerade, wir sind auch zeitlich wieder ein bisschen überfällig. Äh, ich mache hier nochmal ein kurzes Päuschen. Und danach machen wir dann den Abend, schicken dann morgen dann unsere beiden Arbeiter wieder zur Arbeit. Und, ja, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Also, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf Partnersuche gehen. Äh, so, jetzt können wir hier dann auch weitermachen. Und da würde ich mich doch freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, hier bei Sims 3. Macht's gut, morgen um 20 Uhr geht's weiter. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.